Die Automobilweltmeisterschaft 1957 war die 8. Saison der Automobilweltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird. In ihrem Rahmen wurde über 8 Rennen in der Zeit vom 13. Januar 1957 bis zum 8. September 1957 die Fahrerweltmeisterschaft ausgetragen. Juan Manuel Fangio gewann zum fünften Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Der FIA-Ehrentitel Großer Preis von Europa wurde 1957 an den Großen Preis von Großbritannien vergeben. Die Saison war ein fast gleichwertiger Dreikampf der Teams Maserati, Van Wall und Ferrari um die Fahrerweltmeisterschaft. Nachdem sich Fangio trotz seines Vorjahreserfolges bei Ferrari und wohlfühlte, wechselte er zu Maserati. Deren Modell 250F schien nun so weit ausgereift, dass es zum Titelgewinn reichen sollte. Van Wall war als drittes Team konkurrenzfähig, scheiterte aber letzten Endes an der wechselnden Tagesform, technischen Defekten und kranken Piloten. Erstmals sah die Formel 1 einen Boykott eines Grand Prix bzw. die Absage von zwei Rennen durch die FIA wegen finanzieller Schwierigkeiten. Als großer Verlierer dieses Jahres ist Peter Collins zu sehen, der vor Beginn der Saison als WM-Favorit galt. Die WM-Läufe. GP Argentinien, Buenos Aires angesichts des sehr frühen Saison-Starts fuhren alle Teams die Vorjahreswagen mit geringfügigen Überarbeitungen. Das ganze Rennen war eine erbitterte Auseinandersetzung der beiden italienischen Hersteller Ferrari und Maserati. Most, der hier noch ein Rennen für Maserati absolvierte und konnte aus seiner Pole-Position heraus nicht den gewünschten Erfolg erzielen. Da er sich beim Start extrem verschaltete, so dass sein Getriebe empfindlich beschädigt wurde. Neben Bera hatte auch Castellotti durchaus Siegchancen, aber Andrea ließ ihn weit zurückfallen, bis er mit einem mechanischen Defekt aufgeben musste. Nachdem der einzige Ferrari-Fahrer mit reellen Siegchancen ausgeschieden war, konnte Fangio seinen Sieg und den fast vollständigen Triumph Maseratis feiern. GP Monte Carlo, Monaco Zum ersten und einzigen Male wurde der Grand Prix von Monaco über 105 statt der üblichen 100 Runden abgehalten. Most, der ab sofort für Van Wall fuhr, führte nach dem Start. Geriet aber schon nach vier Runden in die Leitplanken, seine Verfolger Collins und Hawthorne konnten nicht mehr ausweichen und schieden ebenfalls aus. Fangio's Sieg im zweiten Rennen hintereinander war somit ungefährdet. In Monte Carlo fuhr Jagd Brabham erstmals den neuen, in konsequenter Leichtbauweise konzipierten Cooper T43. Er schlug sich hervorragend und lag mit dem Mittelmotor Monoposto auf dem dritten Rang, als ihm der Treibstoff ausging. Ohne zu zögern, schob Brabham den Wagen über die Ziellinie, wo er als Sechster gewertet wurde. 500 Meilen von Indianapolis Indianapolis Sam Hanks, einer der erfolgreichsten amerikanischen Fahrer der 1950er Jahre, feierte mit seinem von George Sully modifizierten Apple Leachassis mit extrem tiefem Schwerpunkt dank des liegend eingebauten Vierzylinders einen Ungefährdeten Sieg Noch beim Siegerinterview verkündete er unter Tränen seinen Rücktritt vom Rennsport. Europäer waren nicht am Start, nachdem Giuseppe Farina seine Pläne durch den tödlichen Unfall des Testfahrers Keith Andriffs, bei dem auch der Wagen zerstört wurde, aufgab. GP Frankreich, Rouen, nachdem der GP der Niederlande und Belgien, die für den 2. und 16. Juni vorgesehen waren, aus finanziellen Uneinigkeiten abgesagt wurden, kam es zu einer sechswöchigen Rennpause vor dem GP des Automobilclubs von Frankreich, der zum zweiten Mal in Rouen-les-Arts ausgetragen wurde. Moss fehlte wegen eines Infekts und Bruxlet noch an den Verletzungen seines Lehmannsunfalls, so dass Roy Salvadori von BRM zu Van Wall wechselte. Seinerseits ersetzte ihn der US-Amerikaner Herbert McKay-Fraser, der im Rennen zunächst für die Überraschung sorgte. Fangio konnte die Pole-Position nicht direkt umsetzen und wurde von den Blitzstartern Musso und Bera überrumpelt. Hinter Collins und Shell hatte sich da schon McKay-Fraser vom 12. Startplatz nach vorn katapultiert. Es sah überraschend gut für BRM aus, doch ein High-Speed-Crash seines Kollegen Flock hat, bei dem der Pilot unverletzt blieb. Und das Abscheren der Antriebswelle bei McKay-Fraser sorgte wieder einmal für eine Denkpause des Teams. Ab der vierten Runde war Fangio der Sieg nicht mehr zu nehmen, während Collins die meisten anderen überholen konnte. McKay-Fraser starb nur wenige Tage nach dem GP von Frankreich bei einem Formel-2-Rennen auf einem Lotus in Reims. GP Großbritannien, GP Europa Entry Beide Van Wall-Stamm-Piloten kehrten mit viel Furore in die Saison zurück. Während sie mit dem ersten und dritten Startplatz gute Startplatzierungen erzielten, schwächelten Fangio und die Maseratis in ungewohnter Weise. Zeitweilig lagen vier britische Piloten zur Freude des heimischen Publikums auf den ersten fünf Ringen. Bera, der zu Anfang sogar führte, schied wie Fangio durch einen technischen Defekt aus. Somit siegte Moss, der nach Fehlzündungen Brooks' Wagen übernommen hatte. Als erster britischer Pilot auf einem heimischen Monoposto bei einem Weltmeisterschaftsrennen. Daneben ging ein wenig unter, dass Salvadori die ersten Punkte für den neuen Cooper-Klimax erzielt hatte. GP Deutschland-Nürburgring Von manchen Rennsport-Historikern und Journalisten wird dieses Rennen als das größte aller Zeiten beschrieben. Hatten die Van Wall-Piloten in Entry ihre Chance gehabt, so sollten hier die Ferrari und Maserati-Piloten ihre Rewasche erhalten. Bereits in der Startaufstellung waren sie allesamt besser platziert. Fangio erkämpfte die Pole-Position und stritt fortan mit Hawthorne und Collins um die Führung, die er bis zur Mitte des Rennens behauptete. Dann machte er einen notwendigen Boxenstopp, denn der Tankinhalt des Maserati reichte nicht für die ganze Renndistanz. Die Hinterreifen wurden gewechselt. Vielleicht wiegte er auch durch bewusstes Verzögern die Ferrari-Crew in Sicherheit. Er schien nicht mehr in den Spitzenkampf eingreifen zu wollen, Sagt Richard von Frankenberg in seinem Buch Die großen Fahrer unserer Zeit. Nach zwei Runden, in denen er ein eher mäßiges Tempo anschlug, fuhr er nun eine Rekordrunde nach der anderen. Fangio gab später zu, nie wieder ein derartiges Risiko eingehen zu wollen. So stellte er nach dem ersten Überholen von Collins am Ende der Gegengeraden den Wagen quer, um Geschwindigkeit abzubauen. Und rutschte bis an den Außenrand der Strecke, blieb aber auf der Bahn. Collins konnte Fangio dadurch innen zunächst erneut überholen. Aber in den ersten Kurven der Harzenbach fuhr Fangio dann endgültig vor. Noch in der Schlussrunde überholte er Hawthorne und gewann damit seine fünfte Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft GP Pescara Pescara, nachdem der belgische und niederländische Grand Prix abgesagt worden waren, nahm die Vier ausnahmsweise den großen Preis von Pescara in den Weltmeisterschaftskalender auf. Auf dem über 25 Kilometer langen und anspruchsvollen Kurs durch Pescara und umliegende Gemeinden hatten schon seit 1924 GP-Rennen stattgefunden. Da gegen Ferrari wegen der Mille Miglia-Tragödie ermittelt wurde. Ein Probetraining auf den Landstraßen schwierig und die Weltmeisterschaft bereits vergeben war, lehnte Enzo Ferrari eine offizielle Teilnahme der Scuderia Ferrari ab. Mit Mühe überzeugte ihn Mosso wenigstens als Privatilie mit einem Ferrari starten zu dürfen. Als Drittplatzierter lag er zwar schnell in Führung, musste wie viele aber aufgrund der hohen Temperaturen mit technischem Defekt aufgeben. So dass Mosso mit großem Vorsprung gewinnen konnte. Von 16 Teilnehmern kamen nur 7 ins Ziel. Noch in der Startphase gab es einen Unfall, als der Privatier Orascut einen Mechaniker anfuhr, der nicht schnell genug aus der Startaufstellung verschwunden war. GP Italien-Monza Die erhöhten Steilwände waren 1957 in Monza für das Rennen gesperrt, so dass der Streckenverlauf dem heutigen ähnelte. Nach dem Pescara-Boykott von Ferrari waren nun wieder alle drei großen Teams angetreten. Auf den ersten drei Startplätzen präsentierten sich jedoch ausschließlich britische Piloten auf Van Wall. Levis Events, Moss und Brooks Fangio hingegen stand in der dritten Startreihe. Im Rennen entwickelte sich das Monza-typische Wind-Schatten-Duell mit wechselnden Führungen. Brooks und Levis Events bekamen technische Probleme, so dass der Sieg für Moss greifbar wurde. Berge von Tripsen gegen erbte den dritten Platz von seinen Teamkollegen Collins und Hothun, die beide mit Motor- bzw. Ölpumpenproblem scheiterten. Fahrerwartung Die ersten fünf jedes Rennens bekamen acht, sechs, vier, drei bzw. zwei Punkte. Einen weiteren Punkt gab es für die schnellste Rennrunde. Die besten fünf Resultate der insgesamt acht Rennen wurden gewertet.